Herzlich Willkommen meine Freunde hier zu Mittelerde Schatten des Krieges, die Fortsetzung. Ich hoffe euch haben die letzten Twitch-Folgen von Mordos vielleicht schon von Schatten des Kriegs gefallen. Also ich habe es mir auch nochmal reingezogen und ich fand es eigentlich gut. Es ist gut gelaufen und so und wir sind ja jetzt in einem neuen Gebiet gelandet und schauen wir mal wie das Gebiet so, was uns da erwartet auf jeden Fall und es sah ja schon ganz gut aus. Gut, da will ich euch nicht weiter zappeln lassen, denn lasst uns mal rein, direkt switch the game. Ich bin... Das muss ich sagen, ich bin echt gut. Ich bin echt nicht mehr so. Ich bin echt nicht mehr so. was stimmt er ist mit ihm hörst du das auch das ist der wald von kann und für uns nicht von wir brauchen eine armee da dieses lager ist voller krieger und wir holen uns heute unsere ork armee meine freunde aufstieg zur macht act ja guck ihn dir noch mal gut an den ring unser größter vorteil liegt in der macht des rings und in der tarnung wenn möglich sollten wir unentdeckt bleiben bis die chancen zu unseren gunsten habe ich mein erstes opfer gleich mal kampfgruppen und könnte sehen wie sie sich der fahrer schlagen diese schützen werden nicht nur unsere waffen sie werden unsere augen sein das war nur ein Ich werde sie alle übernehmen, das gesamte Lager mit mir gehören, meine Freunde. Was ist denn da, ey? Wollt ihr waschen? Was ist denn das, Geil, wenn du dich in der Schlacht nicht unter Kontrolle hast, hilfst du nur den Bauch wechseln. Die Dinosaurons werden die unseren sein. Was ist denn das, Geil, ey? Diese neue Fähigkeit, die der Caleb Rimbo hat, ey, den finde ich auf jeden Fall geil, Mann. Bitsch dich einfach doch. Wer hart trainiert, kämpft hart. Nur so könnt auch ihr eine Stadt Gondors erobern. Ja, machen wir das. Ich muss erst mal, ich muss erst mal mit den Schützen nehmen. Das ist erst mal irre, Lohan. Es gibt noch mehr Städte wie Mina Sittil. Übt fleißig, oder ihr verpasst noch den Gantren, ihr lieber schnell diese Brunnenmanöver ein. Sonst würde ich nicht. Ihr habt es von Mina Sittil gehört, oder? Wir werden den Jungs vom Hexenkönig nicht den ganzen Spaß lassen. Ich hoffe, Bruce ist, hey, was war das? Ihr habt es von Mina Sittil gehört, oder? Wir werden den Jungs vom Hexenkönig nicht den ganzen Spaß lassen. Das hier ist ein Schmuck, bitte. Geh doch mal ums der Ecke, my friend. Es gibt noch mehr Städte wie Mina Sittil. Übt fleißig, oder ihr verpasst noch den Gantren. Sie können uns nicht trotzen. Kein Fall. Das ist best. Was war das? Komm her, komm, komm. Wer hat denn ihr Tremper? Nur so könnt auch ihr eine Stadt Gondors erobern. Er wird uns dienlich sein. Bitte unten. Ihr habt es von Mina Sittil gehört, oder? Wir werden den Jungs vom Hexenkönig nicht den ganzen Spaß lassen. Endlich kann ich mir meine eigene Armee wieder aufbauen. Hört besser zu, ich will euch nämlich etwas einbringen. Das werdet ihr brauchen, wenn ihr Städte blündern wollt. Ich habe etwas gesehen. So stark diese Krieger auch sind, meinem Ringen können sie nicht widerstehen. Gefällt dir das? Ja, das machen wir auch gleich. Ich habe genügend Pfeile für euch alle. Schmerzst du uns? Nein! Schmerzst du, ich bin schnell. Boah, bitte mal, Leute. Schon ein bisschen mies, ne? Für diesen Verrat werdet ihr böse. Ihr könnt euch nicht von mir verstecken. Mann, warum brenne ich denn jetzt schon ihre Zäunde? Ja, nein. Was ist das du mal, ey? Wir brauchen mehr Warriors. Aber was ist mit diesem Wald? Wer ruft nach uns? Wie ist der Henrik? Das ist ein Team. Oh. Ich weiß ja auch nicht diese Fähigkeit, das war nun mal. Ach, für Elbengeschoss, ja. Ich bin erstmal zufrieden mit dem Moos, was ich hab. Ich bin erstmal zufrieden mit dem Moos. 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 die erste mal ganz amalowin Ich brauche eine wandelnde Infotafel. Fühlst du mich verharschen? Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Wenn du was über mich wissen wolltest, warum fragst du da nicht? Andererseits wäre meine Antwort Schmerz gewesen und tot. Allrock.